Meine Damen und Herren, ich darf Sie als Vertreter des Landbring Weitz und der Vertreter des gesamten Baustopp-Deams des Landbring Weitz sehr herzlich zu unserer Preisverleihung begrüßen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben, dass wir gemeinsam so eine große Preisverleihung durchführen können. Ihr wisst, wir haben im Jänner dazu aufgerufen, dass Kunden, Kundinnen ihre Pläne, ihre Baufarben mit uns besprechen, dass wir ein Angebot legen können. Und von all diesen Interessenten haben wir dann fünf Preisträger gezogen, bei denen ich mich sehr herzlich bedanken darf. Schon jetzt, wie wir Brennerziegel, Stabilfenster und Türen und auch Reisbüro Derler. Der fünfte Preis war ein Gutschein für Plastersteine im Wert von 50 Euro. Gewinner war der Karl Kasser, unser Fachvertreter ist der Herr Hasenhückel. Wie gesagt, der Kunde kann heute leider nicht kommen, weil er auf der Baustelle arbeitet. Der vierte Preis war ein Gutschein über 60 Euro, ein Gutschein für Dämmmaterial. Gewinner war der Kurt Putz, der Kunde kann immer heute nicht teilnehmen, unser Baustoffverfolter ist der Herr Nendlich. Er wird also den Preis einem Stabilfenster-Gutschein übergeben, und zwar an den Herrn Leitner. Herr Leitner, grüß Gott. Herr Leitner ist der Vater des Gewinners, der Sohn ist Gott fleißig auf der Baustelle. Grüß Gott, Herr Leitner, alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Freude, dass Sie uns vergeben. Bitte sehr, darf ich das so übergeben? Ich will Ihnen ausbitten, die Familie Kramer. Und dann möchte ich auch unseren zuständigen Fachverkäufer, unseren Herrn Doppelhofer, Herr Riener, ausbitten. Ja, Familie Kramer, es freut mich, dass ich Sie als Gewinner, dass ich Ihnen als Gewinner den zweiten Preis überreichen kann. Und zwar der zweite Preis ist ein Riener-Bauern-Check im Wert von 500 Euro. Und alles Gute. Danke. Ich überreiche den jetzt hier mit dem Check, aber vorher macht die Freude. Vorher, ja. Der Hauptreis war ein Wochenende in Paris, ein Reisegutschein für ein Wochenende in Paris mit Flug und Übernachtung und alles, was dazugehört. Und ich glaube, da gibt es auch noch die U-Bahn-Kort und was immer noch dazu. Ich glaube, ein toller Preis und darf also diesbezüglich gleich einmal die Familie Moritz von Saunschirm ausbieten. Das Reisegutschein, der heute leider nicht dabei sein hat können, darf Ihnen Herrn Anton Huber rausbitten, dass er für uns diesen großen Preis übergibt. Der Gutschein ist, kriege ich Sie dann noch ein bisschen als Training, wie ich sage, Gangs zum Reisegutschein für Rot-Erla, das ist ein Partner von uns. Und wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub, ein paar schöne Tage in Paris und genießt es. Super, danke für alles. Wenn es dann losgeht beim Bauen, da ist es nicht oft, wir haben es in der Stadt. Alles Gute. Danke schön. Danke für was. Bitte. Danke schön. So, von mir alles Gute. Dass die Einleiter gut funktioniert, die von der Tour durchstarten können. Auch wenn Sie nicht weit weg von mir daheim sind, dann werden wir auch bei der Tour schon laufen. Gerne. Alles Gute. Danke schön.